Willkommen zurück zu Let's Play Spellforce, The Order of Dawn, mit Storium Micro. Und diese Episode widme ich ganz besonders... ...eigen Schülern, die Ferien haben. Und zwar werden wir jetzt die Blockade angreifen, wie ich mir das schon gesagt habe. Ich freue mich, euch wiederzusehen. Ich auch. Ich hab ein bisschen Angst vor dem, oder? Ich freue mich, euch wiederzusehen. Schickt eure Spinnen los. Gut, meine Kleinen werden euch beistehen. Viel Glück. Und eins noch. Was? Einer von den Orks hat mir meine Flöte gestohlen. Ein seltenes und kostbares Stück. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr es mir wiederbringen konntet. So. Und nun lauft, meine Kleinen. Kein Problem. Wo sind sie? Da. Oha. Hat ja wirklich Spinnen. Oder Ende. Ähm, ich hab's noch nie gemacht, dass ich, ähm... ...die alleine angegriffen... ...also, dass sie alleine angegriffen habe. Ich hab mir mal noch meine Schütze mit dazu gestellt. Ich bin am überlegen, ob ich sie mal alleine angreifen lasse. Hier ist noch was, ne Spinnen, die nicht zum Schwimmen gehört. Dafür wird sie stirben. Ich bin mal gespannt, was die ausrichten können. Gegen die Blockade. Ich seh nix. Ich höre, seid auf der Hut. Auf geht's, Leute. Du sprichst die Blockade. Du sprichst die Blockade. Hier wird mich gemessen lassen. når ich den ottouchen will tun. Wir drücken dann chkl auf den kick. Es sind zu viele. Nachschlag hatt bukan aktuell zu ausdexlich. Ich steuび wimmen. Muss die jetzt. es ist noch nicht vorbei die Spinnen sind aber tot Elends Segen, seid auf der Hut Hutfall und für den Spinnenmanns, okay die Spinnenmanns an der Flöte Wehrt euch Schwestern Die Diener der Nacht sind hier Ab in der Flöte, glaube ich, ja Aber wir haben auf jeden Fall geschafft Ich freue mich euch wieder zu sehen Eure Flöte? Zeit bedankt Einer insamer Mann wie ich Braucht seine Musik, wisst ihr Nehmt dies zum Ausgleich Ich glaube, es wird euch von Nutzen sein Ich hab's ja am Ende also doch ausgezahlt dass wir dem Spinnenmann geholfen haben Ziemlich weiße, rote Maske Ich kann sie nicht dran, ich brauche Stufe 15 dafür Sie liefert ja gute 24 Minuten ist das Ausgleich 3 4 Ja, wird ein bisschen besser an mich als die Meiner, die ich im Moment habe Diese Karte haben wir übrigens keine Helden Befehlt Befehlt Ich glaube, ich sollte mal einen Nahrungslager bauen, oder? Ich habe, glaube ich, meins in die Luft gejagt vor ein paar Folgen Was ist euer Begehr? Ich eile Dann hole ich mir jetzt einfach mal Ja? Ich eile Zum Ruhme Ahrens Ja? Ja? Ich eile Ich eile Zum Ruhme Ahrens Wohin soll ich gehen? In Windeseile In Windeseile Wir sind in Gefahr Was mit Auffahr bringen hier? Fordern Fordern Wo ist Stami? Stami? Da ist Stami Wehrt euch Schwestern Vorwärts Schwestern Die werden auch nicht müde, oder? So, hier ist Mensch-Moment Und nochmal ein Ersatz-Moment Der ist Standhalten Männer Wir werden angegriffen Das kann aber schwer entgehen, dass wir angriffen werden Das kann aber schwer entgehen, dass wir angriffen werden So, jetzt erstmal nochmal den So, jetzt erstmal nochmal den Esslichen Führer der Oder Schienflänker der Faust hier Die Visagen wegputzen Und dann werden die Video beenden Und das wird ungefähr jetzt sein Also, bis dann Das ist das Das ist das Das ist das